Hey, heute möchte ich euch zeigen, wie man schnell und einfach die Vergrößerung aktivieren kann und mit kleinen Gesten ein- bzw. ausschalten kann. Die Einstellungen zur Vergrößerung findet ihr in den Einstellungen unter dem Punkt Eingabehilfen. Dort wählt ihr dann Verbesserung der Sichtbarkeit aus. Nun wählt ihr die Vergrößerung, die ist ziemlich weit unten und dort könnt ihr dann die Vergrößerung einschalten, Vergrößerung Shortcut. Bei mir ist es aktivieren mit einem Finger dreimal auf den Bildschirm zu tippen. In diesem Vergrößerungsfeld könnt ihr mit zwei Fingern das Bild vergrößern und verkleinern. Ganz normal zwei Finger nach außen für größer, zwei Finger nach innen für kleiner. Deaktiviert wird die Vergrößerung wieder mit dreimal auf den Bildschirm tippen.